Yo Freunde, hier sind wir wieder zurück, Davis X. Das ist ganz knapp, wir haben gerade die Hauptstory gefunden. Ganz so dank nehmen wir die jetzt noch schnell auf. Wir sind wieder zurück. Bei Jump Force. Ja, Mann. Und... Ja, jetzt geht es weiter mit der Hauptstory. Genau, das war jetzt mal. Hier. Ja, guck jetzt geht es um Vegeta. Vegeta war damals ein bisschen. Aber... ... jetzt ist es nicht so. ... 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 Ich bin sicher. Gehen wir mal. Ja. Es geht los. Wir müssen uns Begitta finden. Ich denke... Wir müssen uns Sunboxen dazu. Ich bin sehr gespannt. Die Hauptstory geht auf eine Folge. Vollfit Friends. Macht richtig Bock. Richtig gute Story. Bis jetzt auf jeden Fall. Richtig interessant. Man müsste eigentlich dann mal... Irgendwann nochmal von Neubeginn mit ein anderes Team machen. Außer Naruto. Das kann man mal lassen. Ruffy. Weißt du, das ist immer anders? Wer war bei Ruffy von Dragonball dabei? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber wir machen es nicht mehr. Ich bin nach Begitta. Ich bin nach Begitta. Nein, nicht weiter. Der habe es mir geschwommen. Wir haben ihn gefunden. Jetzt ist weg. So. Wir gehen gegen eine Naruto-Spastin. Gegen Venoms. Gegen Venoms. Machen sie fertig. Easy, Alter. Oha, okay, okay. Alles klar, der kann was. Die können was. Die können was, ja. Du hast den Goku und Trunks dabei, für den Notfall. Den hole ich jetzt auch gleich mal. Bäm, Digi. Guter Zacki hier. Jawoll. Das ist Vegeta. Brauchen Gegner. Vegeta ist da nicht dabei. Ist das ein 3er Team voll mit solchen Typen? Trunks. So fertig, Trunks. Ohlala. Bäm. In die Fresse, Alter. Ah, ist ein Goku-Schweifel 8. Ja. Das sieht komisch aus. Das sah eigentlich nicht gut aus. Das sah nicht so... ...gesund aus. So Vegeta, dann legen wir mal los. Alle! Alle! Ja! 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 Wie geht er? Wie geht er? Woll! Lass mir ordentlich drauf! Lass mir ordentlich geben. Oh! Wichser! Ich hab' aber das Bienen grad hinbekommen, das. Prozent einigermaßen und dann will ich in den Sturzlzeiten auf Prozent von der Nürnberg und von zu tun hat er Ah, die kann ich sogar aufladen, ah, cool. Guck mal her, wie geht er? Ne, der ist doch allein. Ja, der ist halt echt allein. Ja gut, das macht eh keinen Unterschied eigentlich, ne? Wenn man es genau nimmt. Ah! Was? 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 Ich hab's krass noch geblockt. Er blockst die ganze Zeit. Er will nicht draufgehen. Er kämpft bis zum Letzten. Oh, und er macht mir so einen Schlagdauer an, Alter. Wie geht er? Also bitte, wenn du jetzt schon Kamiami ausblocksst und alle möglichen Shit, ne? Das blockst wieder rein, ey. Wie ist es hinkriegt? Ah ja, das Teil genau. Ah, genau. Einfach nur gelegt, ne? Das reicht schon. Der weiß bescheid. Verstehen sich. Ja. Ah, jetzt geht er wieder da. Ja. Jetzt haben wir WG da freigeschalten. Ich denk's auch. Ja. 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 Ja.... Ja. Ich hab ihn dann schon mal gesehen, ne? Ne? deutsch imrischenhrweg Das wird von mir verletzend sein. Das ist ein großer Geheimnis für Vegeta. Die Erinnerung von Cosmic Cube ist es, Die Cube sind noch nicht in die Macht, die wir noch nicht wissen. Ich bin der Grund, dass ich das gemacht habe. Ich bin der Grund, ich bin der Grund. Das ist der Grund. Ich bin der Welt der Welt. Ich bin der Welt von Venom und der Cosmic Cube. Naja gut, er hat sich aber auf seine Art und Weise bedankt, was ich mir zum Team tun. Danke, dass ihr mich gerädt habt. Das Aufkeimen der Böse, okay. Trophy, Trophy. Kapitel 2, der größte Schurke. What the fucker da? Ich glaube, das ist der Endbus. Ich habe mir auch gedacht. Das ist Ruffy. Und Hancock. Vegeta. Piccolo. Ich finde, er sieht immer noch voll komisch aus, was der Direktor an seinem Gesicht sieht. Ja. Ja. Entschuldigung. Ja. 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 zum nächsten Mal. Servus. Ciao, ciao.